hi leute heute gibt es noch ein neues neues video und zwar wir gucken uns den shop an vom 14 11 2020 und guck mal bei ozzy vorbei er hat heute geburtstag schreibt bei seinem video alles gute bei seinem letzten video und ja wir gucken uns heute den shop an wir gehen mal gleich los oh ist wieder drin erstmal hier mein neuer tanz ja gut den habe ich geschenkt bekommen so dann einmal ganz schön viele blöde sachen als erst mal euro er hat da jetzt ein neues ziel bekommen nämlich schwarz sieht ein bisschen grüniger aus sein drach natürlich auch bevor wir weitermachen schöne grüße gehen raus an den netten tobi und an den daniel dann einmal der unendlichkeits skin stern schlag ewiger nullpunkt ganz okay dann einmal das schlachten stäbchen dann einmal die maxi meister max maxi meisterin hat auch im neuen stil aber das bisschen länger her dann voll ablachen weil ich grün dann einmal handzeichen mal kurz mal musik aus man kann dann noch ein bisschen was hören ja okay dann geht es weiter mit der zündkerzung keine ahnung was die das war ja dieser eine ort mit diesem hund einmal krabbe und aufwachen aufheulen war doch eigentlich ein battle pass egal gut wir gehen dann ganz schnell ganz schnell schmisch die neun challenges sind draußen oder in vier stunden ich hoffe ich frage mal gleich meine mama ob ich heute spielen darf dann kommt höchstwahrscheinlich ein stream gut sollen wir nochmal rettet die welt gehen ok dann gehen wir nochmal rettet die welt schnitzelmörders online schnitzelmörder 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 ja ender king ist auch dabei hallochen schnitzelmörder herr even messen dauer ich nicht schnitzelmörder 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 nur diese scheiß Helden ja und sonst ist alles hier irgendwie piratisch versteh nicht wieso Piraten jetzt reinkommen sechs Tage ändert sich das wo 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 ah ja hmm Rucksack totes Toten ich könnte alle Sachen bauen aber ich muss ein bisschen was weg machen Zerstörung so annehmen wie viel Turbinen dieses Turbinerz wow ich kann graue Waffen machen warte ist geh nochmal schnell auf Skizzen wir brauchen keine grauen Skizzen ja Leute wieso geht das nicht ok gut dann wir sehen uns im nächsten Video wieder euer Gerhard bürger ciao tschau und tschau